so meine lieben freunde neues video jetzt endlich das liebe ich ja jetzt kommen die gerüchte küche kommt in fahrt der transfermarkt kommt in fahrt es gibt viele neue themen und eins davon betrifft auch härter worum soll es hier heute gehen ich werde natürlich jetzt hier weiter mit hertha konnte bleiben aber ihr kennt es ja aus der sommer und winter transferphase zuvor einige themen die ich zumindest für mich interessant finde pack ich dann quasi in diesen transfer news flash mit rein deswegen geht es heute um bruno labbadia der tatsächlich wieder mal beim vfp stuttgart anheuern könnte hat ja mit uns nicht mehr ganz so viel zu tun aber es interessiert mich trotzdem dann geht es um füllkrug der wird tatsächlich jetzt mit dem fc bayern in verbindung gebracht das könnte sogar in verbindung mit uns was bedeuten und es geht um ensa axa karl er hat einen profivertrag unterschrieben dazu möchte ich auch mit euch etwas ausführlicher darüber sprechen wenn euch diese themen interessieren bleibt gerne dran ansonsten möchte ich euch nur mal darauf hinweisen dass ihr bitte gerne die glocke aktivieren könnt ich habe das mal an den statistiken gesehen gerade jetzt in der wm zeit wo ihr mit wm content von anderen leuten komplett überlagert werdet beziehungsweise zugemüllt werdet ja fast schon möchte ich sagen da ist es halt schwer dass meine videos noch sichtbarkeit bekommen und manche fragen mich auch hey du hast gar keine neuen videos gemacht dann sage ich doch ist doch online ihr seht es gar nicht deswegen aktiviert gerne die glocke dann werdet ihr benachrichtigt wenn ein neues video von mir hochgeladen wird morgen kommt dann das video was eigentlich für heute angekündigt war vier gewinnt vier mittelfeldspieler schlage ich vor vier zentrale mittelfeldspieler zentrale offensive mittelfeldspieler schlage ich vor die man relativ realistisch noch halbwegs verpflichten könnte und eine super verstärkung aus meiner sicht werden kommt morgen um 14 uhr oder 13 uhr entscheide ich noch mal das könnt ihr euch auf jeden fall gönnen und darauf könnt ihr euch auf jeden fall freuen so lasst uns beginnen bruno labbadia ex coach bei uns bis 2021 wird mit dem vfp stuttgart tatsächlich wieder in verbindung gebracht dort war er ja schon mal ich glaube von ich weiß jetzt nicht mehr wann 2010 bis 2013 ungefähr trainer hat ja etliche stationen danach noch in der bundesliga gehabt also kam gut rum bei uns ist er ja tatsächlich auch nicht mehr auf der gehaltsliste weil wir den vertrag aufgelöst haben dementsprechend kann es uns in dem sinne eigentlich egal sein ich finde es trotzdem ganz interessant der schöne bruno wie er immer genannt wurde ich muss sagen ich fand den als trainer gar nicht schlecht als ich mich damals mit dem guten felix unterhalten habe den stuttgart youtuber grüße gehen raus der sagte ja auch labbadia hat manchmal irgendwie in der bundesliga auch so ein image finde ich was ihm nicht ganz gerecht wird weil er war jetzt nicht immer überall langfristig erfolgreich hing auch damit zusammen dass er oftmals den feuerwehrmann spielen musste aber ich fand ihn bei hertha nicht schlecht ich fand ihn bei einigen klubs eigentlich gar nicht schlecht und so könnte es sein dass er zum vfp stuttgart zurückkehrt im gespräch sind allerdings auch noch jess thorup oder thorup ich weiß nicht wie man den ausspricht aus dänemark alfred schreuder den kennt man ja noch aus der bundesliga und sven misselintat setzt sich wohl weiter für den interimstrainer ex-co-trainer von materazzo für wimmer ein bloß misselintat die frage ist wie viel gibt man darauf noch wenn der jetzt im sommer den vfp stuttgart verlässt für uns natürlich trotzdem interessant diese thematik weil natürlich der vfp weiterhin einer unserer hauptkonkurrenten sein wird im kampf gegen den abstieg von daher bin ich natürlich auch da gespannt wen die stuttgarter als neuen trainer verpflichten oder ob sie mit patrick will mal weitermachen der ja eigentlich gar keine schlechte punkte ausbeute hatte wir dürfen gespannt sein finanziell hat für uns als hertha keine auswirkungen aber natürlich sportlich und ich könnte mir schon vorstellen zumindest am anfang ist ja bruno labbadia mal sehr erfolgreich war ja auch bei uns damals so er kam einer absoluten krisenzeit nach klinsmann hat man das erste spiel erst mal 3 0 gegen hoffenheim gewonnen und es sah auch ganz gut aus teilweise könnte mir schon vorstellen dass stuttgart wenn er jetzt im winter kommen sollte unter ihm echt eine gute rückrunde spielt er braucht auch mal nicht so viel eingewöhnungszeit obwohl er die jetzt sogar haben würde wenn man ihn jetzt verpflichtet dann hat er noch eine ganze vorbereitung relativ lang für den winter ja unsere begriffe wäre es natürlich gut wenn er wenn er beim vfp nicht funktioniert wer auch immer da trainer sein soll ja und dann das nächste gericht auch das ein bisschen was könnte es für uns bedeuten niklas füllkrug 29 jahre ein absoluter spätsenkrechtstarter letztes jahr grandiose zweitligasaison dieses jahr fulminante bundesligasaison und da muss man auch als nicht bremen fan sagen immer wenn man so auf die aufstellung guckt warum spielt so ein typ nicht von anfang an da habe ich auch immer schon gesagt wenn ich mit kumpels gesprochen habe wenn niklas füllkrug bei dortmund oder bayern spielen würde dann wäre der unumstrittener stammspieler in der deutschen nationalmannschaft auf jeden fall hat er jetzt getroffen und mir war es eigentlich schon klar dass irgendwann zumindest mal dieses gerücht aufkommen würde bayern und füllkrug wäre für bayern verhältnisse unfassbar günstig zu haben bayern hat immer sehr sehr gerne deutsche nationalspieler egal bei welchem klub sie spielen sie könnten ihn relativ günstig haben auch wenn er nicht mehr der jüngste ist es ist eine deutliche verjüngung zu shupo muting bei dem hat sich ja khan gestern bei sky auch geäußert man ist wohl dran wahrscheinlich zu verlängern aber man sucht ja weiterhin auch noch nach einer anderen sturm lösung und gerade wenn man bei shupo muting das alter bedenkt und auch vielleicht den preis ich weiß ja nicht was der jetzt verlangt der war ja vorher auch schon bei psg ist jetzt bei bayern erfolgreich könnte niklas füllkrug halt die günstigere und jüngere und vor allem noch ambitioniertere lösung sein der niklas füllkrug hat sich zwar schon zu werder bremen bekannt hat ja auch noch einen vertrag dort bis 2025 aber na klar wenn der große fc bayern anklopft und wahrscheinlich das fünffache am jahresgehalt bieten kann und dann ist er immer noch der schlecht verdienste profikader wahrscheinlich dann wird er sich das auch mehrmals überlegen auch um seine also dem will man es verdenken dann um seine karriere da noch mal voranzutreiben das gerücht kam jetzt auch von sport buzzer keine ahnung ob da was dran ist bayern soll wohl nur mal nachgefragt haben aber ich habe es mir schon gedacht ich dachte mir schon also wenn er bei der nationalmannschaft spielt und performt dann werden auf jeden fall einige profiklubs kommen und ich dachte mir neulich schon so aber ich wollte es nicht einfach in den raum schmeißen als ich mit nico gesprochen habe es wäre wieder typisch wenn bayern den dann verpflichtet weil sind wir mal ehrlich der jetzt im marktwert laut transfermarkt.de von fünf millionen hat im sommer dann noch zwei jahre vertrag ich glaube es geht auch wenn dann nur um einen sommer transfer nicht um einen winter transfer und bremen braucht das geld bremen hat jetzt zwar ein positives ergebnis gehabt wenn ich das so grob richtig mitbekommen habe haben sie aber eine strafe eine lizenzstrafe bekommen von zweieinhalb millionen aufgrund negativen eigenkapitals das sich auch nicht positiv genug entwickelt hat von daher wäre man aufs geld angewiesen ich weiß jetzt nicht wie viel man da erheben würde bei zwei jahren restvertrag für 29 jährigen aber wahrscheinlich würde bayern dann irgendwie zwischen sieben und acht millionen bezahlen und das ist eben geld was werder bremen braucht auch wenn es extrem wehtut weil werder wahrscheinlich für dieses geld eben keinen stürmer von dieser qualität noch mal bekommt und das ist wieder die verbindung auch zu hertha ich denke ein wechsel wird nicht im winter stattfinden ich glaube schon dass füllkrug da seine saison bis sommer zu ende fortführen wird aber es kann natürlich sein dass er nach der wm direkt in verhandlungen mit einem anderen verein geht das heißt dieses jahr wird er ihnen vielleicht dann noch erhalten bleiben aber nächstes jahr selbst wenn er im sommer geht wird selbst wenn sie dafür geld bekommen sie brauchen ja auch geld und können wahrscheinlich nicht alles komplett reinvestieren selbst wenn sie jetzt zehn oder zwölf millionen kriegen sollten aber das wird natürlich extrem schwer den mann zu ersetzen nicht nur dass er ein absolut krasser goal getter ist und in jeder mannschaft treffen kann das ist ein absoluter knipser sondern der ist ja auch ein vorbildsprofi der arbeitet für die mannschaft der macht aus halben chancen ein tor also das wäre natürlich ein herber verlust und dann auch noch zum fc bayern ist natürlich irgendwie doppelt bitter ich glaube da würde jeder werder fan dann sagen ey dann geh lieber irgendwie ins ausland oder so wir gönnen dir eine geile karriere aber nicht zu bayern ja aber man muss das immer aus der profisicht sehen vielleicht will er in deutschland bleiben vielleicht ist es für ihn ja ist es ja auch der größte verein in deutschland man weiß es alles nicht noch ist es ja nur ein gerücht aber ich war mir schon sicher wenn der bei deutschland auch nur ein zwei tore macht dann wird dieses gerücht aufkommen und dann wird sich bayern auch zwangsläufig mit ihm beschäftigen es gab ja auch mal so eine zeit da hat bayern einfach wirklich alle deutschen spieler gekauft die es so gab da war dann auch mal ja ein schlautraff dabei weil er im pokal mit alemania aachen gegen sie getroffen hat ja ist auch nicht so fernig wäre ja auch quatsch wenn sie sich nicht mit dem beschäftigen die beschäftigen sich mit harry kane der ist 29 und soll irgendwie zwischen 80 und 100 millionen kosten plus noch ein gehalt wahrscheinlich von 15 millionen im jahr und wenn du dann füllkrug hast der vielleicht ein achtel kostet sowohl sowohl in der ablösung im gehalt dann vielleicht ein fünftel dann musst du dich doch mit dem beschäftigen zumal der ja schon in der bundesliga gezeigt hat dass er es kann für uns gibt es allerdings sehr sehr gute nachrichten und zwar einer meiner lieblings nachwuchsspieler hat man leicht gemerkt wenn ich hertha zwei spiele geguckt habe wo er dabei war war ich leichter fanboy von ihm enzer axakal 21 jahre jung 1 74 groß links außen spielt bei hertha 2 hat seinen ersten profi vertrag unterschrieben bis 2025 wird natürlich jetzt kein vertrag sein zu den mega bezügen aber es freut mich erstmal sehr weil sein vertrag wäre im sommer ausgelaufen und ich dachte schon die ganze zeit was machen die denn da jetzt verlängert doch mal mit dem ich finde das ist ein richtig cooles talent wo man sich richtig auf morgen freuen kann er ist sehr stolz dass er bei uns unterschrieben hat freut sich sehr kam ja aus der jugend von union 2020 er ist halt jetzt nicht mehr ein 18 jähriger oder wo man sagt das ist das absolute super talent er ist immer noch ein junger mann mit 21 aber man könnte heutzutage so jung wie die alle reingeschmissen werden mit 16 bis 18 fast sagen ein spätstarter aber ich könnte mir trotzdem vorstellen dass er auf lange sicht uns in der bundesliga weiterhelf der ist super am ball der hat eine super ballführung krasses dribbling guten abschluss guter vorlagengeber ultra flexibel einsetzbar spielt meistens linker flügel kann aber auch rechter flügel kann auch mittelstürmer auch das hat er am wochenende wieder gespielt und hat direkt nachdem er nach ja länger mal wegen verletzung gefehlt hatte neben nada jendou im doppelsturm gespielt und eine vorlage gegeben kann hängende spitze spielen also eine absolute bereicherung und wie gesagt wenn ihr juke im sommer gehen sollte wer weiß auch was mit luke bakke passiert wir müssen auf jugendspieler setzen und das ist einer genauso wie ein scherhand wo ich sage probier es einfach mal ob das klappt weiß ich auch nicht kann sein dass vierte liga ist natürlich was ganz ganz anderes als bundesliga aber ich glaube nicht dass er so viel schlechter ist als ein maolieder ja freut mich richtig dass er verlängert hat ja hat diese saison leider nur acht spiele für die u23 gemacht wie gesagt aufgrund von verletzung war sonst eigentlich als stammspieler gesetzt drei tore gemacht alle drei gegen tennis berusia das habe ich auch live gesehen wo ich wahnsinnig fasziniert war da hat er sogar noch einen elfmeter verschossen also hat er vier tore machen können zwei assist insgesamt für hertha zwei 32 spiele sechs tore sechs vorlagen super statistiken für die u19 von union nach diesen statistiken ist er dann zu uns gewechselt 29 spiele elf tore vier vorlagen auch für unions u17 schon aktiv gewesen 18 spiele drei tore zwei vorlagen ja also müsst ihr euch mal live reinziehen ich bin ja wahrscheinlich am samstag bei hertha zwei gegen bak und da würde ich ihn echt auch gerne wieder sehen müsst ihr euch mal anschauen wie der spielt ich finde macht richtig spaß ihm zuzuschauen pablo thiam auch begeistert der leiter der nachwuchsakademie zitiere ich mal was er gesagt hat es ist immer eine auszeichnung für unsere gemeinsame arbeit wenn ein talent einen vertrag bei unseren profis erhält wir freuen uns für ensa und sind gespannt auf seine entwicklung das sagte der nachwuchsakademie leiter und auch bobitsch soll wohl ein großer fan sein er sagte ich zitiere dynamik torgefahr variabilität eigentlich genau das was ich gerade gesagt habe ensa bringt viele qualitäten mit und hat sein potenzial bereits in unserer u23 unter beweis gestellt wir freuen uns dass er nun auch seine nächsten schritte bei hertha bsc machen möchte jetzt ist nur ganz wichtig damit es nicht wieder wird wie bei anderen talenten mit dem man verlängert hat wie zum beispiel old sure hand oder gechter wir brauchen klaren perspektivplan ich hoffe man hat ihm auch einen klaren perspektivplan schon aufgezeigt und er hat deswegen auch verlängert wir brauchen klaren perspektivplan das heißt er kann gerne jetzt nach seiner verletzung noch die rückrunde bei der u23 spielen ihr auch helfen da stabilität zu finden erfolgreich zu spielen und spielpraxis sammeln dann sollte man sich aber im klaren darüber sein was will man im sommer hat er eine chance darauf dauerhaft im kader zu stehen in der bundesliga mannschaft und immer auch mit den profis mit zu trainieren in der neuen saison da muss sandro schwarz sich einen plan machen mit seinem team oder aber sagt man ja noch so ist er nicht so weit wir verleihen ihm mal die dritte vielleicht sogar an die zweite liga wo er dann zu einem verein muss wo er wo gesucht wird ja wo der verein wirklich sagt auch genau so einen spieler typen brauchen wir damit er da auch stamm spielt und dann ein jahr später eben 2024 zurückkehrt und dann integriert werden kann also wir brauchen jetzt einen plan für ihn es bringt nichts jetzt wieder einen günstigen profivertrag rausgehauen zu haben um ihn im verein zu halten ihn dann nicht im sommer zu integrieren dann später noch ein jahr u23 also so würde ich es planen ich hoffe man hat da seinen plan vielleicht ist es ja sogar so wenn im sommer weiß ich nicht jucke geht vielleicht muss man sogar luke bakio verkaufen dass man dann auf junge spieler setzt aus dem nachwuchs vielleicht kriegt dann mal in axa karl eine chancen schernd eine chancen nada eine chancen wobei der hat ja glaube ich sowieso nur einen jahresvertrag also ich würde mich sehr sehr darüber freuen ich finde auf jeden fall ist ein schritt in die richtige richtung dass wir mit mehr jungen spielern jetzt immer verlängern zumindest mal auch wenn sie dann das sind ja keine verträge wo die unsummen verdienen also braucht man sich nichts vormachen er hat jetzt einen geschätzten marktwert von hunderttausend selbst wenn er jetzt ein bisschen performt und ein klub will ihn dann kriegst du vielleicht drei vier hunderttausend für ihn als ablöse ist auch nicht die welt aber wir müssen jetzt im ersten schritt haben wir schon mal geschafft wir schaffen es mit vielen jungen talenten die ich für gut erachte erstmal zu verlängern das war ja auch zum beispiel mit linus gechter der fall mit martin dadai die ja sogar schon bundesliga luft schnuppern durften mit scherhand jetzt müssen wir es noch schaffen die wirklich zu integrieren und nicht einfach nur zu sagen ja da setzen wir große stücke drauf sondern die brauchen auch eine spielzeit in der ersten mannschaft und müssen mit der ersten mannschaft trainieren und erster schritt ist gemacht ich will ja dieses positive mindset haben und das wird durch sowas verstärkt jetzt müssen wir aber auch mal in die integration in die profi mannschaft kommen gerne eure meinung zu diesen drei themen komplexen in die kommentare würde mich sehr freuen macht's gut ich wünsche euch noch einen schönen dienstagabend und ja morgen mein viel gewinn video nicht verpassen ich werde rechtzeitig auf instagram sagen wann es hochgeladen wird macht es gut bis dann und hao he und hao he und hao he